Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel sind in Ankara zu einem Gespräch zusammengekommen. Laut Merkel ging es dabei unter anderem um Syrien, den Irak und um eine verstärkte Zusammenarbeit im Kampf gegen islamistischen Terrorismus. Auf türkischer Seite war auch die geforderte Auslieferung geflohener mutmaßlicher Putschteilnehmer und mutmaßlicher Gülenanhänger Thema. Merkel verwies auf die Unabhängigkeit deutscher Gerichte und forderte die Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien. Ich habe darauf hingewiesen, dass allerdings darauf geachtet werden muss, dass die Schuld auch immer individuell festgestellt werden muss. Und wir haben ja gerade im Zusammenhang mit dem Putsch gesehen, wie sich das türkische Volk, die türkische Bevölkerung für die Demokratie und für die Regeln der Demokratie in der Türkei eingesetzt hat. Gerade deshalb ist jetzt in dieser entscheidenden Phase natürlich auch wichtig, dass Meinungsfreiheit eingehalten wird. Die deutsche Opposition hatte von Merkel aufgrund des harten Vorgehens Erdogan gegen Zehntausende angebliche Staatsfeinde und der angeschrebten Verfassungsreform für ein Präsidialsystem klare Worte gefordert. Erdogan entgegnete, die angesprochenen Befürchtungen entbehrten jeder Basis. Es gibt eine Legislative und eine Exekutive und dasselbe gilt für die Judikative. Von einer Abschaffung der Gewaltenteilung kann keine Rede sein. Auf dem Programm stand auch im Besuch in dem beim Putschversuch schwer beschädigten Parlamentsgebäude. Einige der Schäden sind dort immer noch zu sehen, absichtlich als Erinnerung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017